Trust Zone ist nicht genug. In der Übersetzung von Michael und Florian. Danke für die Einführung. Wie schon anfangs genannt arbeite ich in einer französischen Firma. Aber in diesem Talk geht es vor allem um die Aktivität als Wissenschaftler. In diesem Talk habe ich mit einem Wissenschaftler mitgearbeitet, der heißt Muhammad Abdul Wahab. In diesem Talk wird es hauptsächlich darum gehen, um die Sicherheit für Embedded Systeme und vor allem die Sicherheit in ARM-Prozessoren. Auf der Slides unten seht ihr einen Link, da könnt ihr Zugriff auf alle Dokumente haben und auch auf diese Slides nach meinem Talk. Vor dem Kongress wusste ich nicht, welcher Hintergrund vorhanden ist hier für diesen Talk, welchen Hintergrund ihr habt. Deswegen habe ich da ein paar Referenzen hier auf dieser Slides gezeigt, dass ihr das Vokabular auch verstehen könnt. Und im Bereich der Sicherheit und Computerarchitektur wird es darum gehen, zum Beispiel hat hier Keegan einen Talk gehabt zu Mikroarchitektur, Angriffe auf Mikroarchitekturen und Sicherheitsexecution Environments. Ich werde im Bereich von FPGA Sachen, gibt es die Open FPGA Assembly, die ihr hier besuchen könnt. Und wenn ihr keine Ahnung habt von FPGAs, dann hoffe ich, dass ihr Zeit habt, um eben zu dieser Assembly zu gehen, weil diese Leute an der Assembly eine gute Arbeit machen, um FPGA Open Source zu machen. Wenn ihr diese Slides seht, dann ist die erste Frage, wieso habe ich den Titel gewählt, Trust Zone ist nicht genug. Nur eine kurze Erinnerung, was ist Trust Zone? Trust Zone ist das Prinzip, dass man ein System teilt in eine sichere Komponente, in eine unsichere Komponente oder eine vertrauenswürdige Komponente kann man auch sagen. Wir haben viele Hardware-Komponenten und viele Software-Komponenten in den Trust Zone, die es uns erlaubt, separat ein sicheres Betriebssystem laufen zu lassen in unserer Trust Zone. In unserem Fall ist, was wir tun wollen, wir wollen die Komponenten verwenden auf der linken Seite hier von dem Bild und uns angucken, ob wir das noch sicherer machen können. Des Weiteren wollten wir uns Trust Zone genauer angucken, wenn ihr euch nämlich den Talk zur Sicherheit angesehen habt, dann habt ihr vielleicht schon gesehen, dass man Trust Zone verletzen kann unter bestimmten Bedingungen. Dieser Vortrag ergänzt das andere, da wir etwas auf einem niedrigeren Niveau machen, auf einem niedrigeren Level machen, der Prozessorarchitektur. Ich werde im weiteren Teil des Vortrags darüber reden, was wir zwischen der Trust Zone und dem Approach in Visrock machen können. Im Wesentlichen wird es eine kurze Einführung, einige Ansätze, Debug-Komponenten für Sicherheit zu benutzen. Dann rede ich über Armhacks, das ist der Name des Systems, das wir entwickelt haben, um die Debug-Komponenten zu benutzen. In dem Kontext unseres Projektes arbeiten wir mit einem System-on-a-Trip. System-on-a-Trip sind diese Art von Gerät, wo wir in dem grünen Teil den Prozessor haben. Es kann ein Einzelkern sein oder ein Dual-Core- oder sogar ein Quad-Core-Prozessor. Und ein anderer interessanter Teil, der ist in gelb hier, ist die programmierbare Logic, ein FBGA in diesem Fall. In dieser Art von System-on-a-Trip hat man einen VR-Prozessor und einige Links zwischen den beiden Einheiten. In dem kleinen roten Rechteck könnt ihr die Trust-Zone sehen. Das ist ein Bild davon, von einem System-on-a-Trip, der von der SYNC heißt, von Xilinx, einem FBGA-Hersteller. In dieser Art von Chips hat man typischerweise zwei Cortex-Prozessoren und das FBGA, um damit zu arbeiten. Was wir machen wollen mit den DIPA-Komponenten, ist dynamischen Informationsfluss zu verfolgen. Was ist Informationsfluss? Informationsfluss ist das Transfer von Informationen von einem Container C1 und dem Container C2 in einem Prozess P. In anderen Worten, wenn wir diese einfache Codebeispiele nehmen, wir haben vier Variablen, A, B, W und X. Die Idee ist, okay, wenn man einige Metadaten in A hat, dann werden die Metadaten nach W verschoben. Also, welche Art von Informationen wir haben, wir übertragen, im Wesentlichen die Informationen, die wir in dem ersten Block haben, ist okay. Diese Daten sind privat, diese Daten sind öffentlich und wir sollten keine öffentlichen und privaten Daten vermischen. Im Wesentlichen können wir sagen, dass die Information binäre Information sein kann, die öffentlich oder privat ist. Aber wir haben verschiedene Niveaus von Informationen im typischen... In Zukunft, in den weiteren Teilen wird diese Information taint, also verunreinigt oder getagged genannt und wir werden sagen, mein Tag ist rot oder grün, um zu sagen, ob es private oder öffentliche Daten sind. Und wie ich gesagt habe, wenn das Target A rot ist, dann muss die Daten in W auch rot sein. Das gleiche für B und X. Wenn wir auf einen Buffer-Overflow angucken, als Beispiel, in dem oberen Teil der Folie habt ihr den Assembler-Code und im unteren Teil, die grüne Farbe ist die Farbe der Tags und auf der rechten Seite der Spalte hat man den Status der verschiedenen Register. Dieser Code ist im Wesentlichen okay, wenn mein Input am Anfang rot ist, also wir nutzen einen Verunrechnung in eine X-Variable, dann wird der Register 2, das den X enthält, wird auch rot. Dann, wenn wir den Buffer-IDX zugreifen wollen, was die zweite Zeile in dem C-Code ist, dann wird auch die Information dort rot sein und das Resultat der Operation, was X ist, wird natürlich auch rot sein. Das heißt, wenn wir am Anfang einen verunreinigten Input haben, dann müssen wir in der Lage sein, diese Information bis zur Rückgabeadresse dieses Codes übermitteln können. Wenn dieser verunreinigte Input tainted ist, dann muss auch der Ausgabe-Code tainted sein, also verunreinigt. Was können wir damit machen? Es gibt ein einfacher Code, der sagt, wenn du ein normaler Benutzer bist, dann musst du bloß das Welcome-File öffnen. Wenn du ein Root-User bist, dann musst du das Passwort-Datei öffnen. Das sagt im Wesentlichen, okay, wenn wir das Welcome-File öffnen wollen, das ist eine öffentliche Information, damit kannst du alles machen. Wenn es ein Root-Benutzer ist, dann wird Passwort zum Beispiel einen kryptografischen Schlüssel enthalten und wir dürfen nicht zu der Printf-Funktion gehen. Also im Wesentlichen die Idee ist, zu testen, dass die FS-Variable, die die Daten enthält, des Dateis, privat oder öffentlich ist. Im Wesentlichen haben wir drei Schritte dafür. Zuerst die Kompilation gibt uns den Assembler-Code. Dann müssen wir die Systemaufrufe verändern, sodass sie das Tag mitsenden. Also die Daten öffentlich oder privat sind, über meine FS-Variable. Ich werde darüber später etwas mehr reden. Und in der Zukunft ist die Idee, dass wir ein Betriebssystem zu kompilieren, das diese mit integrierten Unterstützung vor D, I, F, T. Es hat dafür einige Arbeit gegeben über dynamische Informationstracking. Im Wesentlichen sollten wir die Informationsverfolgung in zwei Arten machen. Zum Ersten auf dem Applikationslevel. Also wir arbeiten im Java, im Android-Level. Einige Arbeiten schlagen auch Lösungen auf dem Betriebssystem-Level vor, zum Beispiel Lamar. Was wir machen wollen, wir wollen auf einem niedrigeren Niveau arbeiten, nicht auf dem Applikations- oder Betriebssystem-Level, sondern auf dem Niveau der Prozessorarchitektur. Also wenn ihr ein bisschen Informationen darüber haben wollt, über diese US-Level-Informationen von Informationsflussverfolgung, dann könnt ihr auf player-ids.org gehen. Da gibt es einige Informationen für einen Android und einen Apport für ein Intrusion-Detection-System. Im Rest des Talks werde ich im Wesentlichen durch diese Arbeiten durchgehen und gucken, was wir darüber machen können. Wenn wir reden über den dynamischen Informationsflussverfolgung auf der tiefsten Ebene, gucken wir vor allem drei Sachen an. Das Erste ist das, was man auf der linken Seite sieht, von der Slide hier. Die Idee ist hier, dass auf der oberen Seite von dieser Figur hier sieht man die normale Pipeline, zum Beispiel, dass es dekodiert wird, dann hat man eine Registrier-Datei und dann geht es in die ALU rein, in die algorithmische Verarbeitungs-Unit. Das Ganze gibt es Security, dann wird das verarbeitet mit Tags und Tains. Also, es ist einfach gesagt, wird das hier normal verarbeitet, nur um Daten zu verarbeiten. Das impliziert zwei Sachen. Erstens brauchen wir den Source-Code von dem Prozessor selbst, um das zu duplizieren und um den DIFT, die Inflammationsflussverarbeitungstracking, zu verarbeiten. Das ist also sehr unpraktisch, weil wir den Source-Code brauchen, was nicht immer einfach ist. Und über alles gesprochen, können wir alle Kabel rausziehen von dem Prozessor und dann uns angucken, was wir bekommen. Der zweite Ansatz ist, es hier auf der rechten Seite zu sehen. Das ist ein bisschen anders. Anstelle von einem einfachen Prozess, das alles machen will, zusätzlich zum Informationsflusskontrolle, wollen wir stattdessen den normalen Informationsfluss behalten. Das ist hier das zweite Bild. Und dieser Weg ist ebenfalls nicht so gut, weil wir einen Kern haben, der die Applikation betreut und einen anderen Core haben, einen anderen Prozessorkern haben, der nur die Analyse macht. Das heißt, es ist ein bisschen schade, einen ganzen Prozessorkern zu benutzen, nur für die DIFT. Was wir also gut machen sollen, ist, wir können einen dedizierten Co-Prozessor für DIFT erstellen. Wir haben also einen Hauptprozessor, der die Applikation betreut und mit dem Co-Prozessor interagiert. Und da gibt es dann ein paar Kommunikation zwischen diesen beiden Prozessoren. Wenn wir also mal einen kurzen Überblick haben wollen und einen Vergleich zwischen den einzelnen Einsätzen, wenn man DIFT rein in Software laufen lassen möchte, das ist sehr, sehr kostendick. Es kostet viel und es tut weh, weil es viel Overhead und Zeit braucht hinsichtlich von den anderen Approaches, die alle mit Hardware geholfen werden. Das heißt, auf dieser Slide, die man jetzt wieder sieht, ist dieser Co-Prozessor nicht so wichtig. Wir sehen, dass in meinem Talk, wir werden sehen, dass der Dedicated-DIFT-Code-Prozessor, die letzte Zeile hier, dass dieser nicht so, lass mich sagen, der ist nicht so einfach für verschiedene Sicherheits-Policies. In der ersten Zeile von dieser Tabelle, die man jetzt sieht, ist die Idee, dass man Instrumentation benutzt. Wenn man zum Beispiel am Tag 2 ist, dann ist Instrumentation die reine Verwandlung von einem Programm in sein eigenes Messwerkzeug. Ich habe also einen Teil von meinem Code nur zur eigenen Messung. Wenn ich also messen möchte, welchen Einfluss die Instrumentation hat auf meine Applikation, dann kann man in diesem Diagramm sehen, dass die normale Applikation normalerweise ein Level von 1 hat. Und wenn man aber Instrumentation mit benutzen möchte, dann ist der minimale Overhead oder Override. Overhead, das ist ungefähr 75%. So ungefähr die Zeit, die man braucht für Instrumentation, wird grob gesagt doppelt so lang brauchen, wie wenn man normal einfach nur das Programm laufen lässt. Und das ist natürlich nicht akzeptabel, weil das wird dein Programm zerstören. Also mein Ansatz, hier der ARMHEX-Ansatz, der reduziert diesen Overhead von einem Software-Ansatz. Wir werden jetzt nicht die Sicherheit von dem DRFT-Koprozessor beachten. Das ist der erste Ansatz das ist der erste Ansatz von einem DRFT in einer Hardware-basierten Chip. Ich habe den Talk zur Sicherheit von Nintendo Switches beobachtet und der Sprecher da hat gesagt, dass Blackbox-Testing Spaß macht, außer dass es halt eben keinen Spaß macht. Was wir machen wollen, wir wollen das untersuchen, ohne den Prozessor decappen zu müssen. Und das ist, was wir machen wollen. Auf der lichten Seite haben wir den ARM-Prozessor. Im Wesentlichen, das hier ist eine vereinfachte Version mit nur einem Kern. Auf der rechten Seite habt ihr die Struktur des Co-Prozessors, den wir implementiert haben in FPGA. Im Wesentlichen könnt ihr sehen zum Beispiel für Entschuldigung, im Moment zwei Dinge. Das erste, es gibt einige Verbindungen zwischen dem FPGA und der CPU. Diese Links existieren schon in dem Chip. Und die andere Sache, die man sehen kann, bezüglich des Speichers, es gibt separaten Speicher für den Prozessor und für den FPGA. Und wir sehen später sehen, dass wir Trust Zone benutzen können, nur um einen Layer der Sicherheit hinzuzufügen, sodass wir den Speicher zwischen beiden mischen können. Im Wesentlichen, wenn wir mit einem ARM-Prozessor arbeiten wollen, müssen wir die ARM-Datenblätter sehen. Und zuerst mal habe ich keine Angst vor der Länge der ARM-Data-Chips. In meinem Fall habe ich mit dem ARM-V7-Technical-Manual gearbeitet. Das sind schon 2000 Seiten. Das ARM-V8-Manual ist über 6000 Seiten. Aber natürlich, was auch schwierig ist, die Information ist zwischen verschiedenen Dokumenten verteilt. Aber egal, wenn wir die Debug-Komponenten benutzen wollen, in dem Fall von ARM, dann haben wir nur dieses Register hier, dieses Kreis DBG, irgendwas. Und ihr könnt sehen, in diesem Register kann man sagen, okay, den Schlüssel und Wert 038 irgendwas in dieses Register zu schreiben. Und wenn man irgendeinen anderen Wert da hinschreiben, dann entsperrt es den Register. Also das ist der erste Schritt, um die Debug-Komponenten anzuschalten. Einfach einen zufälligen Wert in dieses Register zu schreiben, um die Debug-Komponenten freizuschalten. Hier ist nochmal die Schematik des System-on-a-Chip. Hier könnt ihr sehen, es gibt diesen Co-Prozessor und ganz oben habt ihr, was die Core-Side-Komponenten heißen. Das sind die berühmten Debug-Komponenten, über die ich im zweiten Teil meines Talks reden möchte. Hier ist ein vereinfachter Ansicht von den Debug-Komponenten, die wir in dem Sync haben. Auf der linken Seite haben wir die CPU1 zu CPU2, die beiden Prozessoren und all die Core-Side-Komponenten im PCM, also die Dinge, die in dem roten Dreieck sind und die ITM und die Instrumentation und die Trace-Bikrozelle, also Spur-Mikrozelle. Im Wesentlichen wollen wir Daten aus diesen Core-Side-Komponenten extrahieren, die der wesentliche Fahrt wird, okay, wir benutzen den PTM und wir folgen dieser roten Leihlinie, gehen durch den Trichter und an der Stelle haben wir zwei Möglichkeiten, die Informationen zu speichern, die wir von den Debug-Komponenten haben. Das erste ist der eingebettete Trace-Buffer, eine kleine Speichereinheit in dem Prozessor, aber unglücklicherweise ist das eine sehr, sehr kleine Speicher, ungefähr vier Kilobyte und die anderen Möglichkeiten, die Daten auf den Trace-Packet-Output zu exportieren, das ist das, was wir einfach um Daten zu benutzen, um die Daten an den Co-Prozessor im FPGA zu übertragen. So, was PTM machen kann, das erste ist, so nachzuverfolgen welche eine Speicherstelle, man kann alle Aufrufe verfolgen, aber man kann auch zum Beispiel Dach verfolgen, eine spezifische Region des Codes, das heißt, man kann sagen, ich will nur den Code in Sektion 1 oder Sektion 2 oder Sektion N nachverfolgen. Dann kann das PTM auch ein paar Verzweigungstests machen, das ist etwas, das nicht in dem Linux-Kernel vorhanden war, wir haben ein Branch Broadcasting ins PTM, ein Patch dafür eingereicht, der abgenommen wurde, man kann auch Timestamping machen, um die Informationen in den Traces zu speichern. Das ist im Wesentlichen, wie eine Trace aussieht, hier ist der einfachste Code, den wir haben können, einfach eine Vorschleife, die nichts macht. Hier, das ist der Assembler-Code und die Trace wird ungefähr so aussehen. In den ersten fünf Bytes haben wir ein Stop-Paket, das Async-Paket, das ist einfach nur, das ist der Ansatz des Traces. In dem grünen Teil haben wir die Adresse, die zu dem Anfang der Schleife entspricht, der orangene Teil, sind die Branch-Adress-Pakets. Also hier sehen wir, wir haben zehn Iterationen dieses Pakets, wir haben auch zehn Iterationen in der Vorschleife. Das zeigt einfach nur, wie die generelle Struktur dieser Spur aussieht. Ah, ich habe noch eine andere Schleife daran hat, vor diesem Control, dann macht es einfach die Spur etwas länger, einfach um die Informationen über die zweite Schleife hinzuzufügen. Wenn wir all diese Spuren haben, ist der nächste Schritt, okay, ich habe meine Texte, aber was mache ich jetzt damit? Wie definiere ich die Regeln, um da einen Texte zu übertragen? Dafür benutzen wir statische Analyse. In diesem Beispiel haben wir die Instruktion okay, okay, rechne einfach Register 1 plus Register 2 und tu das im Register 0. Dann benutzen wir statische Analyse, die uns zu sagen, okay, der Tag mit Register 0, der Tag für Register 0 ist der Tag für Register 0 1 oder Register 2 und die statische Analyse führen wir durch, bevor wir den Code durchführen und wir sagen, okay, wir haben all die Regeln für unsere Grenzfälle und jetzt haben wir die Traces, wir wissen, wie wir die Tags übertragen müssen und der letzte Schritt ist es, die statische Analyse in dem LLWM Backend zu machen und der letzte Schritt ist die Instrumentierung. Wie ich vorhin gesagt habe, wir können alle Speicheradressen, die wir brauchen, für die Instrumentierung bekommen, aber in der zweiten Möglichkeit können wir auch nur die Register Memo, Speicheradressen für die Instrumentierung. Im ersten Fall, bei diesem einfachen Fall, können wir im Wesentlichen sagen, okay, wir instrumentieren allen Code, aber der wesentliche Nachteil daran ist, okay, wir werden sehr die Zeit der Ausführung beeinflussen. Was wir sagen können, okay, mit dieser Funktion nehmen wir die Daten aus der Spur, also wir nehmen die Programmkontrolladresse der Spur und für den Steckpointer benutzen wir statische Analyse, um die Informationen über den Steckpointer Zugang und wir instrumentieren nur noch die Instruktion am Ende. Also wenn welche zu diesem System zurückkehren, die Kommunikation von Rot wird die also diese Rote Kommunikation ist der wesentliche Nachteil. Wir haben den Prozessor und den FPGA, die in verschiedenen Teilen laufen. Das wesentliche Problem wird sein, wie können wir diese Daten in Echtzeit übertragen zwischen dem Prozessor und dem FPGA. Also das PTM, das ist der Zeit Overhead, wenn wir Trace enabled, also im Blau haben wir die Basiszeit, wenn die Spuren abgeschaltet sind und wenn wir Spuren anschalten, ist der Zeit Overhead fast vernachlässigbar. Hinsichtlich der Zeit Instrumentation können wir sehen, dass wir mit Strategie 2 dass die Core Side Komponenten die Instrumentation und die strategische Kontrolle benutzen und wir konnten den Overhead von 53% auf runter brechen auf herunter fahren auf nur 5% also es gibt immer noch einen kleinen Overhead aber der ist sehr klein verglichen zu vorherigen oder vergleichbaren Ansätzen. Hier hat man einen Überblick der zeigt in der grauen sieht man die Vergleichsarbeit oder die vorherige Arbeit und man kann sehen dass in unserem Ansatz in unserer Strategie 1 ist das kleiner und in Strategie 2 ist es noch mal kleiner es ist also sehr sehr viel kleiner der Prozentsatz von dem Instruction Instrumented Das ist nochmal ein Überblick über das System Wir können sagen wir können TrustZone benutzen nur um zu trennen die CPU von den FPGA Co-Prozessor Wenn wir also einen Vergleich ziehen zu vorherigen Ansätzen können wir sehen dass verglichen zu den vorherigen Ansätzen dass wir jetzt nun hardcore portabel sind was der Ansatz von HEO auch konnte aber eben nicht kann und denken und natürlich ist der Flächenverbrauch sehr viel kleiner als vorherige Ansätze kommen wir nun zur Zusammenfassung was ihr mitnehmen sollt ist dass die PTM Information zusammenzieht das ist ein Tracing was nicht eingreift und wir haben einen vernachlässigbaren Overhead an Performance wir verringern die Communication Zeit und wir verbessern die Sicherheit der Software was wir zukünftig noch machen möchten ist für Multicore Prozessoren vielleicht den gleichen Ansatz verwenden für andere Prozessor Architekturen wie Intel da kann man unseren Ansatz vielleicht auch übertragen und das war mein Talk danke dass ihr zugehört habt und damit verabschieden sich aus der Übersetzer Kabine Michael und Florian sie hörten den Talk Trustzone ist nicht genug bitte wende dich mit Feedback auf Twitter an C3Lingo oder mit dem Hashtag C3T Tschüss 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 Bis zum nächsten Mal.